Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Alice 19, immer Alice 19 True Farming Projekt zusammen mit den Mac Manus. Ja, dankeschön, das ist genau so eine Ankündigung. Brauche ich, wenn ich in den Regen reinkomme. Bam, Junge! Wo ist der von Alke? Bam, Junge! So, ähm, gut. Entschuldigung, da bin ich kurz mal abgedreht. Hier sind die Folge heute um 19 Uhr, um 20 Uhr, Livestream bei mir, GTA. Oh, der. Und da, Mensch. Oh, der Witz. Nein, Spaß, ey, schaut bei Füßen vorbei, der ist heute 20 Uhr live auf GTA. Hat er recht. Genau, ähm, gut, die Folge geht auf jeden Fall zwei Stunden. Dann, äh, moin. Bodo! Alte Scheißhaus, gut, dass du da bist, Mensch. Ey, ganz ehrlich, pass auf, ich weiß nicht so richtig. Ey, Bodo, das ist ein Ding. Echt so eine Verschwörung oder so. Komm mal mit los. Wann kommt der Mann los? Komm mal mit. Um 13, 38. Jupp. Und wollen wir fahren? Oh, die stört, die stört, die stört. Und der Wachtmeister, Jupp. Fiedlern ist gerade, da wo du hinlust. Das scheiß Licht auch mal. Hallo? Aber hier geht ja, wo ist Licht in der Scheißgemeinde? Ist doch an. Ja, na, du hast das Geld nicht bezahlt, deswegen ist nur halb da. Kannst du mal es nicht wieder machen? Ja, du machst auch, hast du es wieder ausgemacht. Es ist an. Es ist doch an. Oh, wow. Mach mal die Punzeln aus. Ballett mir am Arsch. Miguel, bist du hier? Ist er auch so dunkel? Miguel? Hinter dir. Anna, Entschuldigung, ist so dunkel hier. Ja. Oh, er mit. Ja, Herr Metzger. Ja, Herr Metzger. Reinkender und rote Knöpfe. Ich bin jetzt der Sekretärin, äh, ich bin jetzt der Sekretär und hab hier für Ordnung zu sorgen. Was ist denn jetzt hier los, warum bin ich denn jetzt hier? Ja, Herr Metzger, also, äh, ja, wir sind, wir sind, also, passt so drauf. Du musst ja mal eben einen Duft machen hinten. Boah, leck mich aber Arsch, ey. Aber könnt ihr beide mal ruhig sein? Nö. Nö. Stellst mich hierher und, ne? Nicht ich, der Jupp. Du hast mich angerufen. Was ist denn los? Ja, also, pass auf. Also, wir hatten ja letztens dieses Gespräch. Sehr bei Ihnen am Landhandel, ja. Ja, ähm, kann's ruhig euch sagen. Nö. Ähm, auf jeden Fall, da hast du ja so ein bisschen was erzählt, so, von deiner Vergangenheit und so was. Also, du hast immer so ein bisschen Probleme und hier und da. Bisschen hab ich erzählt, ja. Ja. Jetzt, pass auf, jetzt ist es ja so, du bist hier nach Schwarzingen gekommen und es war ja eigentlich erst alles gut. Ja. Das ist so mein Empfinden gewesen bei dir. Ja. Und dann kam so eine Zeit, wo es so ein bisschen ruppig wurde bei dir. Ja, als dieser komische Endermax-Typ aufgetaucht ist. Mhm. Ah. Kannst du mir etwas erklären? Wir haben, also, der, der, der Fritzel, der Endermax war beim Fritzel. Sagen wir's mal so. Okay. Der hat dann was verloren. Okay. Oh, jetzt wird genau zu, Bruder. Eine Geburtsurkunde. Ich, dann, was? Eine Geburtsurkunde, nämlich. So, pass auf, jetzt. Miguel, ruhig, der Unterwachtmeister redet, nicht du. Guck dir die mal an. Guck dir die jetzt mal genau an. Guck mal, was da draufsteht. Geburtsurkunde. Und was steht denn da? Dann ist ab, keine Lesen, registriert nochmal, keine Lesen, Kind, Metzger. Mir geht's um das Kind. Kind, Metzger, Ulrich? Sagt dir das hier irgendwas? Äh, nee. Wirklich nicht? Ja, kann ja jeder sein, oder? Äh, komm, Bodo, jetzt lässt du die Kirche im Dorf hin. Kann, kann, kann es möglich sein, dass du... Eine ganz andere Namen hast. Nein, Gott. Der ist so blöd, der hat sich immer noch nicht kapiert. Pass auf, das geht in eine ganz andere Richtung. Vater, Metzger? Jetzt kommt's ja nicht. Bodo, pass auf. Ich hab die Vermutung. Ich auch übrigens. Ich nicht. Ja, weil du hast dich verstanden. Hast du einen Bruder? Ha! Da sind die Namen von meinen Eltern drauf. Die geile Ingeborg? Meine Mutter hieß echt Ingeborg? Hä? Das habe ich nämlich im Meldeamt gesehen. Eiler K. Was hast du gesehen? Ich hab die Namen abgeglichen. Ja, ja, klar. Seine Eltern von Bodo, die stehen da auf der Urkunde drauf. Also entweder heißt Bodo Ulrich, was ich nicht glaube, oder Bodo hat noch einen Bruder. Der Ulrich heißt? Der Ulrich heißt. Also ich heiße nicht Ulrich, auch nicht als Zweit- oder Dritt- oder Acht-Namen. Also hast du einen Bruder. Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Was, irgendwas damals war? Denk doch mal nach! Alter, komm mir nicht mit deiner feuchten Aussprache so in meinen Nacken. Entschuldigung, wollte ja die Ermittlungsbeiträgen. Oh, was ist denn hier los? Hallo, Herr Ziegel! Hallo, Herr Ziegel! Was machen Sie denn an den Türen? Ich wusste, Herr Ziegel, mich! Wo kommen Sie denn her? Herr Schonsen, was ist denn jetzt los? Ja, wir wollten eine Einsatz-Nachbesprechung machen. Hallo, Herr Ziegel! Was für eine Einsatz-Nachbesprechung? Was für eine Einsatz? Da war eine Ölspur oben. Oh, wo? Na, zwischen Friesihof und Landhandel, da, wo es drinnen geht, Richtung Hafen, genau an dieser Kreuzung. Da haben wir noch mal eine Ölspur, die haben wir jetzt gerade weggemacht. Ich bin mit Herrn Schonsen mit Herrn Driver zusammen. Und jetzt wollten wir schnell noch eine Nachbesprechung machen. Und jetzt wollte ich noch das blaue Formular schnell holen, damit wir das alles abhaken können. Und ja, ich überraschte, sich alle zu sehen. Haben wir einen schönen guten Abend. Das war die Formel 630 C, oder? Äh, die Kaffeemaschine läuft übrigens, Sie können sich einen Kaffee nehmen. Aber von wem soll denn die Ölspur da sein? Ja, keine Ahnung, also Fahrzeug war keines zu sehen. Es war nur eine Ölspur da. Die ging dann hoch Richtung Landhandel. Ey, warte mal, es kam doch vorhin einer entgegen, Jupp. Oder kommt die vom Landhandel? Und das ist ihre Ölspur, Herr Maro. Ja, genau, merke ich, Mann. Basta, das kann doch genauso gut sein. Nein. Ich dachte, der würde immer nur mit mir so sprechen. Wer? Du, du sprichst ja mit jedem so. Nein, ich hab doch gerade gesagt. Kann ich jetzt wieder gehen? Nein. Nein, nein, nein. Ist das hier eine Gemeindebewohnerversammlung, oder können wir das hier... Nein, aber das ist hier toll, das ist festgenommen. ...in einem etwas intimeren Rahmen besprechen. Das ist eine Intervention. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen, wie du gerade gemerkt hast. Ja, ich hab's vom Landhoff. Wie soll ich was denn gut shoppieren? Deswegen, ja. Also, also, warte mal, der Ölspur... Aber Jupp, da ist da vorne, ist uns noch ein Auto entgegengekommen. Ja. Wir sind gegenüber, wenn was ist, ja? Ja, alles klar. Okay. Wir freuen uns auf Sie. Warte mal kurz. Habt ihr... Don! Ja? Habt ihr zu der Ölspur auch ein Auto gefunden, irgendwas? Na, eben nicht. Wir haben nur die Ölspur, kein Fahrzeug. Das ist nur, wenn man... Wo hört die auf? Ja, die ist ungefähr nur so acht Meter lang. Also, die macht so den Bogen der Kurve und dann geht's Richtung Berghoch zum Landhandel. Das war's. Das haben wir jetzt alles weggekehrt mit Ölbindemittel und so weiter. Die zwei Herren haben mir auch mitgeholfen, haben die Straße abgesichert. Das ist alles in Ordnung. Also, von der Seite ist alles erledigt. Das war mal noch rechtzeitig, wegen Regen und so, ne? Also, das ist ja gefährlich. Okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Okay, alles klar, danke. Aber die King auf jeden Fall vom Hafen links hoch. Also, man sieht richtig, die Kurve ist immer links abgebogen. So links hoch zum Landhandel. Es kam ich ja auch ein Auto, ein Pick-up, den hab ich ja nie gesehen in Schwarzingen. Die kam uns entgegen. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, wir haben kein Auto gefunden. Nigel! Ja, komm mal. Okay, alles klar, danke. Teller, machst du letztes Jahr Sport? Warum? Du siehst so gut aus. Ach, halt doch mal, die Fresse. Ganz ehrlich, dein Gesappel immer. Ich will dich ja gar nicht mehr. Aber du musst ja auch immer provozieren, ey. Du provozierst ja nicht. Immer musst du nicht Möller am Backen. Ich mach doch, deine Freundin, ich bagger sie nicht an. Ich liffe in allen Ehren, aber ich sag dir's, ey. Ich hätte damals oben haben gesehen, die Situation ausnutzen sollen. Haben wir jetzt nicht gerade hier welche andere Probleme war dann nochmal? Ausnutzen sollen, wenn es die Situation damals gehört hat. Entschuldigung. Dann sage ich jetzt, dass du nur hässliche Freundin hast, wenn du willst. Wenn du dich dann besser fühlst. Ja, wenn mir lieber, danke. Okay, dann, ich geh dann jetzt. So, sieh, du bist festgenommen. Hier ist mein Muggitoggi. Miguel, du hast gar nichts zu sagen. Ich rufe Stärkung. Miguel, ich nehm dich gleich. Was? Ja. Kein Sekretär mehr. Miguel, jetzt lass mal bitte den reden, der Ahnung hat. Also den Herrn Jupp. Dann sei jetzt ruhig. Mach den aber nett, bitte. Ja, du scheinst ja Ahnung zu haben. Alle anderen haben Pöbel nur dazwischen. Ich hab auch keine Pöbel. Ich hab gar nicht. Ist jetzt noch egal, jetzt. Ich hab auf jeden Fall eine Vermutung. So, pass auf, Motto. Kannst du dich auf jeden Fall etwas erinnern? Er hat nämlich eine Vermutung. Du, du, du hast ja gesagt, du hattest immer wieder irgendwelche Probleme und sowas alles. Kannst du dich irgendwie daran erinnern, dass irgendeine Person immer wieder gekehrt ist? Nein, überhaupt nicht. Denk doch nach. Oh, Miku, ey, komm mir nicht so nah. Und du weißt auch wirklich nichts von seinem Bruder oder sowas. Bitte drum. Also, was war das denn für ein hippiegequatsch? Hey, was hat er gesagt? Jetzt, ich hab's ein Lied gekriegt. Ja, to space. Du brauchst Informationen. Hast du eine Intervention nicht auszusprechen? Warte, ich hol mir ganz kurz ein bisschen Tofu, ja. Broto, das ist wichtig. Das könnte hier tatsächlich um... Also, ich weiß, dass es da jemanden gibt. Aber, was heißt weiß, also auch nicht zu 100%. So, aber ich kenn den nicht. Wen? Naja, ich weiß, dass ich irgendwie noch einen Verwandten hab. Also, der von meinen Eltern ist. Aber so wirklich in meiner Jugend oder kennengelernt hab ich den nicht. Deswegen ist es mir auch alles mehr oder weniger unangenehm. Keine Ahnung. Ob dir das jetzt unangenehm ist oder nicht, ich hab jetzt gerade tatsächlich die Vermutung. Ja? Dass der Endermax dein Bruder ist. Der Endermax. Wow. Scheiße! Na klar! Das ergibt Sinn. Der heißt ja Ulrich. Wow, ist dasselbe Vorname. Ja, den gibt's tatsächlich auch. Man weiß aber trotzdem nicht, ob er sein Bruder ist. Der wohnt doch bei mir. Da finden wir bestimmt ein paar Haare. Mach mit DNA-Test. Oh Mann. Weißt du, wie lange DNA-Test dauert? Ich glaube, das ist jetzt zu lange. Also, ja, keine Ahnung. Damals, das ist auch schon ewig um drei Tage her. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Das ist mir auch ganz klar. Aber ich bin der Meinung, wir sind irgendwann in die Schule gegangen. Und da kann ich mich noch an ihn erinnern. So die erste Klasse, quasi die Einschulung und so weiter. Aber ich weiß aber nicht, ob das jetzt sein oder meine war. Aber das war's dann auch. Und ich weiß dann auch nicht weiter. Also, als Kind machst du dir auch nicht so einen Kopf. Keine Ahnung. Was dann mit meinen Eltern los war. Ja. Alles schwierig. Pass auf. Fritzel, du sagtest, der Endermax ist hier, wo? Ja. Leute, wir müssen ganz kurz, ganz kurz. Wir müssen das noch mal, ganz kurz. Wir müssen erst mal, wir müssen, das sind so, das ist so ein crazy Shit, Alter. Stellt euch mal vor, der Endermax ist von dem Metzgeiter Bruder. Das wird ja auch einiges erklären. Was soll denn das erklären? Die Frage ist nur, warum macht er das? Warum du so bist, wie du bist und warum... Igual, du bist so feinfühlig wie immer. Vielleicht sagt er... Ja, pass auf. Ich würde es ja gerne mal sagen. Aber, Bodo, du, bist du bei deinen Eltern aufgewachsen? Teils. Ja, da ist ja schon mal der andere nicht dort aufgewachsen. Und vielleicht ist der stinkig auf dich. Und der Endermax versucht ja hier auch die ganze Zeit die Suppe zu versalzen. Und ich sag euch doch was. Da vorn, da ist ein Riesenpacker noch. Denn da ist der Bodo mit dem Packer und der packert noch. Wo ist ein Packer noch? Boah, der war so schlecht, da muss ich erst mal auf Klo. Der war auch so schlecht auf Klo. Also, ganz ehrlich. Soll ich jemanden Kaffee mitbringen? Ich wollte es da noch ein bisschen auflockern. Igual, guck mich mal an. Ich wollte es da noch auflockern. Guck mal. Er war so flach, ich muss mal hochspringen. Kann ich auch fangen, wenn du isst. Kraft hast du gar nicht. Nee, was? Nein, das war doch nicht so gemeint. Ich will damit sagen, dass Reguel eigentlich ein Schwächling ist, weil er so eine große Presse hat. Oh, ganz dünnes Eis. Reguel, komm, du bist ja mal grad höher als 1,60 Meter. Kein Wunder, dass du so ein... Sag der 1,62 Meter groß oder was? Immer noch größer als du. Gesundheit. 5,7 Zentimeter, 5,7 Zentimeter, mein Freund. Wer ist, geht es in der Hose oder was? Bela, natürlich. Bela, du kannst es bestätigen. 5,7 Zentimeter, Junge. In der Regenzustand. Radius. Radius. Hast du Elefantitis? Also, folgendes. Und zwar... Alter, du bist schlecht. Ja, was machen wir jetzt? Komm mal zum Punkt, ey. Ganz ehrlich, was machen wir jetzt? Hey, ich hab einen Vorschlag. Also, ich wollte die ganze Zeit zum Punkt kommen, aber ist ja egal, was... Ja, Juin, du bist ja trocken, Jupp, endlich mal. Die ganze Zeit quatscht du dazwischen. Wir müssen den Nermax hierhin holen. Genau, wir holen den Nermax hierher. Das ist eine gute Idee. Ich hab eine Idee, wie ich ihn hierherkriege. Ach, lass doch nicht. Warum nehmen wir immer den Zerrissel mit? Der ist mit dem Telefon. Hallo? Ulrich! Ja, guten Tag. Ich hab deinen Auftrag so gut wie erledigt. Komm zum Gemeindehaus, dann wirst du sehen, was ich mache. Dann sind wir Ihnen für immer los. Komm schnell. Na ja, nee, ich brauch da nicht kommen. Ich hab da schon dafür gesorgt. Pass nochmal auf, wenn der nächsten Früh durchs Dorf fährt, wird's rutschig. Hast du das Öl da rausgespritzt? Was, was, nee, ich hab nirgendwo rausgespritzt. Das Öl wurde nämlich weggemacht. Komm hierhin, ich hab ne Idee. Wie, was, das wurde weggemacht? Was seid denn hier von der Formaldeite gemeint, wo ich da muss gleich beseitigt wurde? Was soll denn das? Ja, wir haben, ja, wir setzen hier viel Wert auf, äh, äh, du weißt ja schon, hier, äh, umwelt, genau. Ja, umwelt, genau. Mein Wendel gegeben und die Sau ist immer noch da. Das geht ja nicht. Ja, ich hab's doch jetzt geregelt, jetzt komm hierher jetzt. Dann wo soll ich denn hinkommen? Komm zum Gemeindezentrum. Ich hab ihn hier gefesselt und geknebelt. Ja gut, warte, ich muss vorher noch was besorgen, bevor ich da hinkomme. Ist der nicht da oder was? Wir packen ihn gleich in den Kofferraum und dann bringen wir ihn weg. Also, weil nicht, sonst fang ich alleine an. Tschüss, bis später. So, er kommt. Er erscheint und nicht kommt. Ey, ganz ehrlich, hat der Mann jetzt hierher die Anschuldung wieder genommen? Kommt der Nermax jetzt hierher? Er kommt jetzt hierher. Und du solltest mich wo beseitigen oder was? Das wird fallen gelassen, Bruder, mach dir keine Sorgen. Wen solltest du beseitigen? Der Metzger. Er hat der Pritzel übrigens selber zugegeben, dass das... Dem Metzger? Ah, okay. Er war mehr oder weniger wegen dem Nermax. Ah, okay. Metzger? Bruder? Ja, bitte? Hast du deinen Backgern noch? Der Nermax kommt, wir brauchen großes Backgern noch. Ist das eigentlich Absicht, dass in deinem Nachnamen Arnuss drin auftaucht? Au! Das ist ihm bis jetzt auch noch nie aufgefallen, aber ich glaube ja... Da steht nicht Arnuss, da steht vier Nuss. Nee, nee, der hat schon recht, der Bruder. Wenn du ganz unten ins Kleingedruckte rutschst, steht der Name deiner Mutter. So, jetzt kannst du mal ganz kurz hier... Jetzt können wir jetzt mal bitte hier sachlich bleiben. Wieso werden die immer so beleidigen? Wieso werden die immer so beleidigen? Das stimmt allerdings. Mensch, wir sind alle sachlich. Du bist der Einzige, der hier unsachlich wird. Meine, das fressen doch mal. Genau. Oh! Außerdem bist du nicht meine Frau beleidigen und jetzt mir... Oh, so läuft das. Ich hab die ganze Zeit nicht beleidigt, aber das kriegst du ja nicht mit. Bella? Pass auf, der kommt ja jetzt hierhin. Wir gehen. Warum? Nein! Michael, der kommt doch jetzt, jetzt bleibt mal hier. Hier, verdammt nochmal. Ja. So. Und der Metzger ist auch hier. Ja und? Ja. Es gibt einen riesigen Test, jetzt. Ja, ist doch geil. wir wollen doch wissen was los ist wir müssen wissen was er gegen den metzger hat wir haben uns alle eingestiftet den metzger irgendwie zu entsorgen oder sonst irgendwas was wir müssen uns verstecken irgendwo tatsächlich ja wir müssen uns verstecken ja das ist eine gute idee wenn er das ist für dich bitteschön eine blume weil du genauso schön durfte sie blumen klick ich habe hier eingesperrt wie sie die filme los ich höre ein auto die war das noch mit uns wo bist du denn ja du kommst hierher kommen wir gehen die andere zelle schnell verstecken könnt ihr euch schnell die frau regt mich auf ganz ehrlich sollen wir uns nicht verstecken oder nicht ja jetzt geht doch mal in die scheißzelle rein rein jetzt hier macht dran die brennen viele wie erhalten sie das mit dem aus keine ahnung eine kurze frage schreiben wir gleich überraschung eigentlich ist die tür ja schalldicht oder ja komm sie rein komm sie rein komm sie mal her hier kommen sie mal her ja er hat mich angerufen und hat gesagt dass der unter miguel irgendwie den hermetzger bei sich haben gefesselt und geknebelt ja ja da müssen da müssen sie was machen das kann ja nicht so nicht sein ich meine passen sie auf ich mag den metzger überhaupt nicht ne das ist ein rind wie vor dem herrn aber man muss es ja auch nicht so machen ne ich meine man kann ja gewisse dinge so ein bisschen für sich rutschen lassen oder so vielleicht oder tritt man auch bei manchen bedauern so etwas ins leere das kann auch mal vorkommen aber so fesseln und kniebeln das muss nicht sein ja erinnern max ja haben sie hier eine örtlichkeit ich müsste mal kurz was ne ich müsste mich kurz erleichtern sie müssten sich erleichtern ja klar kommen sie mit hier drin ja ok meine lieben freunde aber vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder morgen früh um zehn geht es weiter meine lieben schaut wieder rein morgen früh um zehn bin ich gespannt was hierbei rauskommen wird in diesem sinne euch glaubt ihr ein schönes wochenende einen schönen samstagabend bis morgen peace und wir sind raus lasst das däumchen der shop bei Füße vorbei tschüss 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 tschüss